Heute sprechen wir über fokussiert lernen und wie du lange konzentriert bleiben kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Und ich habe ja vorgestern schon ein Video gemacht zur Motivation, was in meinen Augen so ein bisschen so die größte Challenge ist, sich am Nachgang wirklich hinzusetzen zum Lernen, aber dann sitzt du ja auch erstmal nur da. Und dann kommt nämlich die zweitgrößte Challenge, da auch sitzen zu bleiben und wirklich fokussiert und konzentriert weiterzulernen. Und genau wie wir das schaffen, besprechen wir jetzt in den folgenden 5 Tipps. Tipp Nummer 1, stell alle Grundlagen sicher. Das bedeutet, du sollst es unbedingt in Ruhe lernen können. Also Zettel an die Tür, dass die Eltern nicht reinkommen und dass die Geschwister nicht reinkommen. Zweitens, Handy bitte einfach in den Flugmus ausgeschaltet, entweder die Matratze, ein anderes Zimmer oder irgendwie anderweitig außer Sichtwelt. Dann Wasser da haben, dass du einfach übersorgt bist und auch die ganze Zeit aufs Klo rennen musst, deswegen auch bitte nicht zu viel trinken. Dann natürlich auch die ganzen Materialien haben und einfach einen Arbeitsplatz haben, wo du fokussiert lernen kannst. Das ist ja absolut basic, sollte jeder verstanden haben. Abgehakt, ab zum nächsten Tipp. Zweitens, mach dir einen klaren Plan, was du nach was machen willst. Das ist im Prinzip, bevor du anfängst, nur 5 Minuten Vorbereitungszeit, wo du dir einfach ausschreibst, Okay, das sind alle Sachen, die ich zu tun habe, aber dann fangen wir nicht einfach an, das so nach und nach abzuarbeiten. So überleg dir kurz, in welcher Reihenfolge ist es für mich am sinnvollsten. Weil manche wollen beispielsweise, für manche ist es einfach am besten, wenn sie immer mit Mathe anfangen, weil für sie Mathe einfach so die höchste Kognition, also einfach die meisten Gehirnressourcen braucht. Deswegen, wenn es nach deinen Vorlieben entspricht, fang mit Mathe an. Andere tun sich vielleicht mega schwer, damit immer reinzukommen, dann fang mit deinem Lieblingsfach an. Das heißt, pass einfach die Sachen, wie du sie aufgeschrieben hast, als Hausaufgaben oder als Lernensachen, füge in die Reihenfolge, wie du das Gefühl hast, wenn du die jetzt der Reihe nach durchziehst, wirst du damit am besten fahren. Ja, weil es ist sowieso schwierig, konzentriert zu bleiben und fokussiert am Start zu sein, dann versuch doch zumindest im Vorhinein, dir das so anzureihen, dass du dich da möglichst leichter tust. Weil wenn du dann mal dabei bist und dann dich nicht mehr konzentrieren kannst, dann ist es nämlich schon zu spät. Deswegen versuch das präventiv dem Ganzen entgegenzuwirken, damit du dann auch wirklich bei der ganzen fokussierten Bearbeitung es einfach auch relativ leichtes Spiel hast. So, und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Punkt. Und zwar drittens, lass deine inneren Impulse auslaufen. Was meine ich damit? Lass es nicht naiv sein. Ja, ich will nicht hier einfach nur irgendwas Cooles sagen, wo du denkst, ah ja, das klingt ja ganz cool, setze dich mal um. Lea hat gesagt, ich soll mir einen Plan machen, dann mache ich einen Plan, dann setze ich ihn einfach um. Und dann sitze ich einfach um und dann, ups, 20 Minuten später kann ich mich doch nicht konzentrieren. Soll ich bin hier wirklich Sachen sagen, die euch richtig helfen. Einfach richtig, nicht nur was irgendwas Cooles gesagt hat, sondern dass ihr auch wirklich coole Ergebnisse bekommt. Deswegen, lass es nicht naiv sein. Wenn du diesen Plan hast und ihn durchziehst, das wird dir schon einiges helfen. Ja, und du wirst wesentlich fokussierter arbeiten, können dich auch mit der Konzentration leichter tun. Aber, selbst wenn du dann vielleicht, weil es so gut läuft und du so motiviert auf einmal auch durch die ganzen Videos bist, drei, vier Tage, vielleicht fünf Wochen von mir aus, du übelst du dich hast, egal wann. Das kann doch schon nach 20 Minuten passieren. Irgendwann wirst du einfach wieder einen Punkt haben, wo deine inneren Impulse sagen, ey, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich muss aufs Klo, ich will an mein Handy, ich will irgendwas anderes machen. Es wird garantiert irgendwas kommen. Es ist vollkommen logisch, ob das nach zehn Minuten kommt oder nach zehn Monaten, ist vollkommen egal. Es wird garantiert kommen. Deswegen, lass uns das ganz realistisch betrachten und da auch direkt einfach die entsprechende Lösung dafür anbieten. Und zwar, wenn du, sagen wir so, du schreibst, du schreibst vielleicht irgendein Referat und dann merkst du, irgendwie, ich langweil mich, ich langweil mich oder ich bin hungrig oder ich muss aufs Klo. Dann stell dir als allererstes, in dem Moment, wo du das merkst, mach das nicht sofort, weil es machen immer alle so, mein Körper hat mir aber gesagt, ich muss und dann habe ich Dinge gemacht. Sorry, deswegen konnte ich mich nicht konzentrieren. Nein, in dem Moment, wo du diesen Impuls, egal was es auch ist, verspürst, nimm dir das mal wahr und frag dich eine Frage, muss ich das jetzt machen oder kann ich das auch später machen? Wenn du es jetzt machen musst, was kann es beispielsweise sein? Du musst wirklich dringend aufs Klo. Du bist so erschöpft, dass du dich ernsthaft, nicht, du hast keinen Bock mehr, sondern du kannst dich ernsthaft nicht mehr konzentrieren. Du musst unbedingt was trinken oder du musst jetzt den, was weiß ich, den Herd vom, den Herd vom Topf, den Topf vom Herd holen, weil er sonst alles überquillt. Dann mach das einfach und dann ist es vielleicht nicht ideal für den Fokus und dann ist es beispielsweise die Frage, warum hast du den Topf da auf der Herdplatte stehen lassen, um fokussiert arbeiten zu können? Aber wenn es so ist, dann mach es. Das bringt ja nichts, wenn dann alles, scheiße, aber der Topf kocht über oder shit, ich pinkel mir gleich in die Hose. Deswegen in dem Fall, mach es einfach. Aber, jetzt der entscheidende Punkt. Die meisten Dinge, die meisten Dinge haben noch ein bisschen Zeit und es ist viel mehr ein Impuls vom Körper, der eben einfach in diese Situation rauskommen will, weil, ich will Abwechslung, ich will irgendwie ein bisschen einfach mental stimuliert sein, einfach von einer anderen Sache. Handy, sonst irgendwas. Deswegen, wenn du merkst, okay, das ist so eine Sache und da sei auch ganz schnell ehrlich mit dir, weil je länger darüber nachdenkst, desto mehr begründest du, warum es in Ordnung ist, jetzt an dein Handy zu gehen. Ja, ich muss nachdenken, könnte irgendjemand schreiben, der jetzt was gerade braucht. Deswegen, im allerersten Impuls, bevor dein Kopf überhaupt groß nachdenken kann, beantworte sofort intuitiv, wenn ich ehrlich auf mich höre, jetzt oder später. Und wenn du später hast, okay, dann ist es später. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann mach folgendes. Angenommen, ich spüre jetzt, mir ist derbelangweilig und mein Kopf versucht mir zu erklären, dass ich jetzt rausgehen sollte und, keine Ahnung, irgendwie im Garten Fußball spielen sollte. Dann, sitz da und wenn du merkst, du bist, dir ist langweilig, dann versuche im ersten Moment mal, okay, okay, ich nehme das wahr, versuche trotzdem durchzuziehen. Wenn du das schaffst, übel krass, weil das ist echt eine heftige Challenge. Wenn du es aber nicht schaffst, da, dich einfach drüber hinweg zu pushen, dann versuche ich nicht noch mehr, ich muss aber, bis du dann irgendwann sagst, nein, fuck him, dann gehst du. Sondern versuche, weder das, noch das zu machen. Das bedeutet, du sitzt einfach nur da und du nimmst einfach nur wahr. Aber, hock dich dann wirklich einfach so ganz gelangweilt in deinen Stuhl und sitzt dann da. Und nehm einfach nur dieses Gefühl, was im Prinzip wie Meditation, deswegen ist in dem Fall jetzt auch, das gehört eigentlich noch dazu zu dem Tipp, dass du unbedingt auch mit Meditation starten solltest. Weil, was du dann lernst, ist genau, was du jetzt in der Situation machen musst, einfach nur beobachten. Es ist einfach nur da, okay, ich will jetzt Fußball spielen. Und dann merkst du, okay, ich habe vielleicht keinen Bock, das weiterzumachen. Und du akzeptierst es einfach nur mal. Es ist einfach nur da, es dauert vielleicht so zwei, drei Minuten. Es gibt dir mindestens fünf Minuten auf jeden Fall. Und einfach nur da sitzt, okay. Und mit der Zeit wirst du merken, dieser Impuls von, ich will jetzt aber Fußball spielen, ich will jetzt was anderes machen, ich will an mein Handy gehen, das wird nachlassen. Es wird nicht komplett weggehen, aber es wird nachlassen. Weil, wenn du die ganze Zeit fokussiert arbeitest, dann funktioniert das sehr gut, bis zum Punkt, wo dein Körper sagt, oder dein Kopf, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Dann pusht er dich voll mit einer neuen Sache. Oh, lass uns Handy gehen, oh, lass rausgehen, lass das machen. Und wenn du dann aber ein bisschen Zeit vergehen lässt, einfach sagst, okay, ich bringe mich nicht weiter zu lernen, nicht weiter Hausaufgaben zu machen, aber ich erlaube mir selbst auch nicht sofort auf diesen Impuls zu achten, einfach da sitzen, will es abschwächen, du wirst wieder selbst mehr rationale, bewusste Kontrolle bekommen und hast dann wieder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sag, okay, ich kann das machen, aber wenn ich das mache, komme ich voll aus meinem Fokus raus, die Hausaufgaben muss ich eh machen oder ich bekomme schlechte Noten und dann schaffst du es meistens, dich trotzdem nochmal wieder hinzusetzen. Das erfordert aber auch Übung und gerade wenn du mehr meditierst, deswegen baue dir unbedingt auch eine Meditationsroutine auf, kann ich auch gerne nochmal ein Video dazu machen, dann hast du einfach eine viel bessere Möglichkeit und kannst mit dir selbst da viel mehr arbeiten und so schafft man es nämlich wirklich konstant an sowas dran zu bleiben, als immer nur zu sagen, oh, bäm, 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 aber dazu komme ich auch gleich noch. Viertens, gewöhne dein inneres System an die Zeitdauer. Was meine ich damit? Ich persönlich halte noch gar nicht mal so viel von die ganze Zeit Pausen machen. Klar, wenn du wirklich merkst, okay, du bist so erschöpft, dass du es einfach nicht mehr packst, dann würde ich auch eine Pause machen. Aber ansonsten verfolge ich eigentlich eine, glaube ich, sehr andere Strategie als die meisten und zwar arbeite und lerne ich wirklich sehr lange Zeit, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir wirklich das brauchen. Ich meine, früher, ich glaube, viele Dichter und so weiter, die haben keine Welt Tage fast durchgeschrieben, teilweise fast gar nicht zu schlafen. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Wir sind nur mittlerweile so, so viele andere Reize, die wir haben, dass wir es gar nicht mehr gewohnt sind, einfach nur ruhig an einer Sache dran zu bleiben. Und deswegen, damit du dein ganzes System, damit meine ich sowohl deinen Körper als auch deinen Kopf darauf weit mehr umprogrammierst, geht es im Prinzip darum, dass du einfach nur länger an deinem Schreibtisch sitzen bleibst. Ich nehme dafür mal ein Beispiel. Ich meditiere oder versuche mittlerweile aufzubauen, jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde zu meditieren. Jeweils. Also insgesamt eine Stunde. Die meisten ungeübten Menschen, wenn du die nur 5 Minuten meditieren lässt, die packen schon gar nicht mehr, weil es für dich so komisch ist, nichts zu machen, nichts zu denken, du fühlst dich wirklich an, du redest dich schon, fuck, ich muss irgendwas machen. Und genau so eine Sache hast du bei den Hausaufgaben. Für mich persönlich ist es bei der Meditation, dass ich diese 30 Minuten Zeit wirklich schon gewohnt bin. Für mich wäre es so komisch, wenn ich nach 15 Minuten aufstehen würde. Und genau das, genau das kannst du bei den Hausaufgaben aufmachen. Das heißt, wenn du beispielsweise dir sagst, ich sage immer, setz dir klare Zeit für deine Learning Rounds, also oder für deine Lernsessions, wie man es nennen möchte. Und wenn du die beispielsweise auf Spielen bis 16 Uhr hast, versuch gar nicht am Anfang des Schuljahres so darauf auszusehen, da jetzt maximal produktiv zu sein, sondern versuch als allererste Prämisse vor allem, diese 2 Stunden an einem Schreibtisch sitzen. Wenn du dann mal eine Phase hast, wo du einfach 5 Minuten im Bildschirm anschaust, nichts machst, dann ist es so, ist vollkommen in Ordnung. Ich bei meiner Meditation habe ich auch oft nach 20 Minuten, boah, aber dann bleibe ich einfach 5 Minuten sitzen, schaue ein bisschen dumm rum und dann sage ich mir in den letzten 5 Minuten, ey komm, jetzt rücken wir nicht nochmal hin. Und so etablierst du es wirklich, weil du wirst dich irgendwann gewöhnen, da 2 Stunden dran zu sitzen. Und wenn du dann irgendwann weggehst, fühlt sich das total komisch an, es wird normal für dich. Das ist auf einmal dein neuer Standard. Und wenn es für dich normal ist, da so lange zu sitzen zu bleiben, wirst du mit der Zeit, das ist auch viel einfacher, da auch weiterzuarbeiten, weil dein Körper gar nicht mehr darüber nachdenkt, dir gar keine Impulse mehr sendet, überhaupt irgendwas anderes zu machen. Und so kannst du dann wirklich lang und auch konstant von Jahr zu Tag, zu Tag, zu Woche, zu Monat, zu Monat und auch natürlich von Jahr zu Jahr damit sitzen zu bleiben und fokussiert zur Arbeit. Und jetzt noch ein super entscheidender letzter Tipp. Fünftens. Erwarte kein krasses Gefühl. Dadurch, dass aktuell Motivation und so weiter so krass gepusht wird, und das ist auch wichtig. Wie gesagt, für dieses erste Hinsetzen ist oft Motivation wichtig. Deswegen habe ich ja vorgestern auch das Video dazu gemacht. Aber um lange, konstant, konzentriert und fokussiert zu arbeiten, brauchst du kein krasses Motivationsgefühl. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Erwartung, oh ja, klar, ich sitze dann einfach da und arbeite konzentriert und meinen geilen Plan, den ich von dem Leben gesagt habe, bam, bam, und ich werde die ganze Zeit da sind, bam, 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 bam. Das wird nicht passieren. Weil das ist gewissermaßen ein Zustand von Ekstase, der gar nicht aufrechterhaltbar ist. Vielleicht mal für eine Session, vielleicht mal eine halbe Stunde, vielleicht auch mal für ein paar Wochen, aber nicht wirklich langfristig. Und die Oberstufe und schlussendlich auf das Abitur, das ist ein Marathon und kein Sprint, okay? Deswegen habe ich nicht die Erwartung, dass du dich so übelst gepusht die ganze Zeit gefühlt hast, ja, 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 ja. Weil, wenn du, wenn du mal dieses Gefühl hattest, und wir hatten es wahrscheinlich alle schon mal, und du dann die Erwartung hast, dass du dich immer so fühlen willst, dann wirst du dich jedes Mal extrem schwer tun, weiterzumachen, wenn dieses Gefühl nicht da ist. Und das ist leider in einem Großteil der Fälle so, dass du eben nicht ganz denkst, ja, geil, Mathe, 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 sondern es reicht vollkommen, es reicht vollkommen, wenn du einfach da sitzt und es einfach ohne groß nachzudenken machst. Weil, wenn du das schaffst, das heißt, einfach nur da sitzt und ich mache es einfach nur ohne groß nachzudenken, wirklich ohne groß nachzudenken, dann wird es irgendwann so normal, und du wirst dich immer von der Leistung immer mehr steigen, dass du irgendwann in ein Flow-Gefühl kommst. Das heißt, es wird einfach normal für dich, du merkst, okay, ich werde immer immer besser, und das gibt dir so ein Flow-Gefühl. Dieses Flow-Gefühl ist viel intensiver, viel, viel nachhaltiger als dieses Bam, yeah, zack, zack. Und deswegen versuch dich darauf zu fokussieren. Hab auch nicht die Erwartung dann, dass dieses Flow-Gefühl nach einer Woche sofort kommt, sondern sei damit zufrieden, wenn du es einfach nur konstant durchziehst, einfach sitzen bleibst, auch wenn du mal nicht so effizient lernst, mal nicht so produktiv bist, einfach nur strategisch bist, und so dir auch diese Zeit zu geben. Ja, wir wollen immer alles jetzt, 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 jetzt. Aber es ist vielleicht wirklich ein sehr oft gesagtes Sprichwort und sehr alt, aber sehr, sehr wahr. In der Ruhe liegt der Kraft, ist mir schon selbst voll krank. In der Ruhe liegt die Kraft, ja. Das klingt vielleicht nicht so sexy wie, yeah, und dann boom. Aber es ist einfach wesentlich effizienter. Deswegen nutzt es. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Ihr könnt mir gerne auch immer in den Kommentaren immer mal wieder ein Update geben, wie es gerade bei euch läuft, damit ich einfach lerne, okay, welches Video euch besonders geholfen, welches Video euch vielleicht nicht so geholfen, und welchen Tipp konntet ihr gar nicht anwenden, dass ich ihn weglasse. Wo brauchst du noch mehr Hilfe, dass es genau dafür Tipps gibt? Haut es mir in die Kommentare. Ansonsten denk dran, ich glaub an dich. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns in dem nächsten Video.